Nach dem Motto, weniger ist mehr, hat New Balance seine Minimalschuhe entwickelt. Und der flachste Schuh aus der Minimus-Serie, der Road Zero, findet nun in der zweiten Version seinen Weg an unsere Füße. Während der Sohlenaufbau beibehalten wurde, hat New Balance das Obermaterial komplett überarbeitet. Das neuartige, extrem leichte Obermaterial verleiht dem Minimus eine hervorragende Passform. Das Phantom Fit Upper ist aus einem Stück gearbeitet und besteht aus zwei übereinanderliegenden Schichten. So wird der Fuß eng umschlossen, ohne dass der Schuh drückt. Da die Sprengung des Schuhs 0 mm beträgt, erlebst du ein bodennahes und direktes Laufgefühl. Die Zwischensohle ist auf das Nötigste reduziert und bietet dir dennoch einen gewissen Grad an Komfort. Griffig und abriebfest ist die Vibram Außensohle, die dir auch auf feuchten Untergrund Halt bietet. Der Minimus Road Zero eignet sich für trainierte Läufer, die ein natürliches Lauferlebnis genießen möchten. Auch das Lauf-ABC wird mit diesem minimalistischen Schuh ein unvergessliches Trainingserlebnis. Du suchst eine passende Ergänzung zu deinem Trainings- oder Wettkampfschuh? Dann schau dir den Minimus Road von New Balance mal genauer an. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.